hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video von mir schön dass ihr wieder eingeschaltet habt wie immer gegen ende des monats gibt es von mir meine neuzugänge aus dem besagten monat insgesamt wurden 17 print exemplare und ein ebook das konnte allerdings nur so eskalieren weil ich momentan super wenig zeit habe freunde zu treffen und weil ich geburtstag hatte ich habe nämlich zwei der bücher mit der evie zusammen bei der bücher büchse bestellt und die liegen bei ihr bestunter lagen bestimmt schon vier wochen bei ihr und wir haben es einfach nicht geschafft uns zu treffen beziehungsweise wenn wir uns gesehen haben dann waren wir mit den hunden im wald und ja da hatte keiner so groß dass bücher hin und her schleppen im sinn und zum geburtstag wurden es auch das muss ich gucken eins zwei drei vier bücher und halt eben auch bücher gutscheine die ich aber noch nicht eingelöst habe das heißt im juli könnte da auch vielleicht ein bisschen mehr kommen vielleicht schaffe ich es auch den gutscheine ein bisschen aufzuheben für irgendwas was ich wirklich so richtig trinkt will aber wir werden sehen ich würde sagen wir starten vielleicht erst mal mit dem ebook das ist nämlich das neue buch von der lieben sarah kennt wer meinen kanal schon ein bisschen länger folgt weiß dass ich stammblogger für sie bin wir sind früher mal befreundet gewesen oder waren im gleichen freundeskreis und ich hatte sie so gar nicht mehr auf dem schirm weil sie dann irgendwann auch weggezogen ist und ja plötzlich war sie wieder da und sie war autorin und wir sind uns über fünf ecken irgendwie über die füße gefallen und fanden das mega witzig sie hat ja die spiel der mächtereihe geschrieben das ist eine fünfteilige reihe urban fantasy reihe rund um eine akademie um vampire um vampire um engel um magische wesen und ich habe die reihe richtig richtig gern gelesen und das sage ich jetzt nicht nur weil ich in ihrem blogger team bin jetzt bringt sie eine neue reihe raus die quasi 20 jahre nach spiel der mächte spielt sie heißt blut der mächte uns geht halt so um die kinder von den protagonisten die in der hauptreihe quasi mitgespielt haben 20 jahre nach dem krieg der mächte herrscht vordergründig frieden in der magischen welt doch übergriffe von schattenwesen sind an der tagesordnung und der friedensvertrag scheint zu bröckeln ein zeichen für vincent wenn clairs tot lucy hollow bekommt an ihrem 18 geburtstag eine kette mit mysteriösem anhänger geschenkt und er verändert ihr leben plötzlich scheinen alle mehr zu wissen als sie und niemand will ihr antworten auf ihre fragen geben nicht einmal ihr bruder lian wird der unnahbare bellamy ihr helfen obwohl sie sich nicht kennen existiert etwas zwischen ihnen das sich nicht leugnen lässt das war das ebook jetzt machen wir weiter mit dem print exemplaren und ich würde sagen wir fangen jetzt einfach mit den geburtstagsbüchern an dann machen wir weiter mit den beiden geiseln die evie noch hatte und dann mit dem rest der hier einziehen durfte das ist doch ein plan so erstes buch das ich zum geburtstag bekommen habe war die ravenhall academy das ist eines der schönsten bücher in meinem regal unabhängig vom farbschnitt also ich habe tatsächlich noch eins mit farbschnitt ergattert lustige geschichte ich dachte die ganze zeit ich hätte es vorbestellt und dann kam der release und das buch kam nicht an und kam nicht an und kam nicht an und dann bin ich meine ganzen apps mal durchgegangen amazon und talia und co wie sie alle heißen und nirgendwo hatte ich es bestellt ich hätte mein kind drauf verwertet dass ist bestellt aber egal in keiner buchhandlung hier im umkreis gab es das noch mit farbschnitt und ihr wisst es ist furchtbar aber es ist einfach so mittlerweile in uns drin wenn es es gibt möchten wir es gern haben auch wenn die welt nicht untergeht wenn wir es eigentlich nicht hätten und es soll ja auch eigentlich um den inhalt des buches gehen ich habe da auch mal ein video zu gemacht zum thema buchsschnitte das verlinke ich euch gerne mal hier oben ja aber meine freundin tatjana hat es sich zweimal bestellt und hat beide mit farbschnitt bekommen weil bei ihr war es nämlich so dass sie vergessen hat dass sie es schon mal bestellt hat oder vorbestellt hat und dann hat sie zwei bekommen und habe gesagt weißt du was ich kaufe sie ab wenn wir es auch mal sehen prächstes mit gebe ich das geld ja das nächste mal kam dann als nicht und als nicht und als nicht und dann hat sie mir einfach jetzt zum geburtstag geschenkt macht ja auch sinn weil sie ja wusste dass es was ist worauf ich mich freue jetzt erzähle ich euch noch um was es geht mit allem hätte lilly campbell gerechnet aber nicht damit dass sie eine hexe ist von ihrer kennt mal erfährt sie dass uralte magie in ihr schlummert und um diese zu trainieren soll sie die ravenhall academy besuchen zwischen hexensprüchen mystischen legenden und sagenumwobenen wesen muss sich lilly nun in dieser neuen welt zurechtfinden dabei gerät sie immer wieder mit dem leider viel zu attraktiven jason aneinander der ihr nicht mehr aus dem kopf gehen will aber schon bald wird ihr klar dass auf ravenhall nicht alles so ist wie es scheint der lilly kommt einer dunklen verschwörung auf die spur die das erbe der hexen tiefgreifend zu verändern droht das muss ich euch vielleicht auch noch zeigen in klappe es ist einfach so schön hier noch eine karte von der akademie würde ich jetzt behaupten hinten ist auch noch mal der rabe drin und noch so ein bisschen buch der schatten die hexensprüche für anfänger für fortgeschrittene hexensprüche in der kräuterkunde ich weiß auch nicht warum ich so halte ich bin einfach dann hat mir meine liebste lieblings ramona meeresglün band 1 geschickt wir waren jetzt zusammen auf der buchmesse und da wollte ich es eigentlich kaufen weil die liebe anna gerade da gesessen hat und dann war es schon ausverkauft auf der messe habe ich mir bad zweifeln signieren lassen und jetzt hat ramona mir den ersten band geschickt damit ich endlich anfangen kann die reihe zu lesen das ist eine dreiteilige reihe also den dritten muss ich mir dann auch noch irgendwann kaufen und es geht um atlantis vielmehr weiß ich tatsächlich auch noch nicht es ist ein jugendbuch das in und um atlantis spielt um mich herum sah die meeresoberfläche aus wie flüssiger goldstaub die zeichnung auf aris brust schienen sich direkt aus dem goldenen wasser auf seine haut hinauf zu schlängeln magisch wunderschön und unfassbar anziehend er schüttelt sich das wasser aus den haaren atmen sagt er mit leisem lachen das bisschen sturmflut ella ist fest entschlossen sich ihren cornwall urlaub in granny's cottage nicht verderben zu lassen als jedoch ein vermeintlicher surfer vor dem ertrinken rettet ist in ihrem leben plötzlich nichts mehr wie vorher denn der geheimnisvolle aris stammt aus einer ganz anderen mystischen welt ella stürzt in ein abenteuer voller wunder und schrecken und nicht nur ihr herz gerät dabei in höchste gefahr das nächste buch habe ich von der evie geschenkt bekommen und da gibt es auch eine lustige geschichte dazu es gab nämlich mal ein gewinnspiel auf instagram da wurde dieses buch auch mit farbschnitt verlost und ich habe daran teilgenommen und habe wie halt darunter verlinkt weil man irgendwie zwei bookstar grammar angeben sollte die vielleicht auch interessanten im gewinnspiel haben und ich wollte das buch die ganze zeit schon lesen sie hat es schon aber ich noch nicht und dann hat sie sagt weißt du was ich mache einfach auch mit da haben wir doppelt eine chance dass ich das ist einer von uns gewinnt und tatsächlich hat sie es gewonnen und hat es mir dann jetzt einfach auch zum geburtstag schenkt nämlich never night die prüfung ich habe nur den dritten band tatsächlich auch von evie sie hat nämlich immer nur bei abel bestellt und hat gesagt guck mal da ist der dritte band von never night in hardcover die willst du doch haben die reihe soll ich dir es mit bestellen gesagt getan jetzt habe ich also band 1 und band 3 hier stehen fehlt jetzt auch der zweite und dann steht dem body read eigentlich nichts mehr im wege mir korver ist ein kind der schatten und sie kennt nur ein einziges ziel rache an den männern zu üben die ihre familie zerstört haben ihre feinde sind die mächtigsten des reiches ein general ein konsul und ein kardinal doch mir ist zu allem entschlossen sie macht sie auf dem weg zur enklave der roten kirche einem geheimnisvollen assassinen orden um die kunst des tötens zu erlernen ich kenne jetzt so viele menschen die dieses buch so hart feiern bzw die ganze rei und das nächste buch habe ich auch von evie geschenkt bekommen das hier war vom gewinnspiel und das was jetzt kommt hat sie quasi bei sich aussortiert und sie schickt mir vorher immer alle bücher die sie aussortiert bevor sie bei rebuy oder sonst wo einstellt und da habe ich gesagt das würde ich unbedingt lesen leg mir das beiseite ich nehme das und ja jetzt hat sie mir halt einfach zum geburtstag schenkt ihr merkt ich sage immer ich will das haben und dann vergessen wir es immer wieder und dann kriege ich sie zu weihnachten oder zum geburtstag geschenkt kann man machen würde ich sagen ich habe auf jeden fall vielleicht jetzt von caroline wahl zum geburtstag bekommen und das ist ja der reihenauftakt der vielleicht reihe die ist schon ein bisschen länger auf dem markt aber ich habe sie tatsächlich noch nicht gelesen und ja werde damit jetzt wohl bald mal starten weil ich finde diese diese löwe intenz bücher ich habe ja schon ein paar davon gelesen das sind so richtig so richtige herz bücher und da habe ich im sommer irgendwie so vermehrt lust drauf fast hätte gabriella in brasilien ihren flieger verpasst jetzt sitzt sie auch noch neben diesen unverschämten kerl na toll obwohl er eigentlich ganz süß ist aber für die liebe hat sie ohnehin keine zeit schließlich fliegt sie nach münchen um ihren vater kennenzulernen an der cover beginnt sie ein praktikum in seiner catering firma doch an ihrem ersten arbeitstag in der küche stellt sich ihr ausbilder ausgerechnet als ihr sitznachbar im flugzeug heraus vergeblich versucht gabriella gegen die funken zwischen ihnen anzukämpfen denn entern hat klare regeln was beziehungen am arbeitsplatz angeht und ich muss zu lachen ich habe das buch ja wirklich weder hier stehen noch gelesen noch sonstiges ich habe auch nicht wirklich von dem inhalt gehört und in meinem zweiten band von meinem debüt quasi von by love me boy gibt es ja auch eine gabriella und ihr ex freund heißt enden und das fand ich irgendwie super witzig als ich dann irgendwann mal hier den klappentext gelesen habe und dachte dann auch so ja später heißt ich habe es von der caroline abgeguckt aber nein das war tatsächlich nicht so kommen wir jetzt von den geburtstagsbüchern zu den beiden die evie für mich bei der bücher büchse mit bestellt hat das war zum einen der verwunschene fluss von rebecca ross in der bücher büchse edition ich finde das auch immer befremdlich wenn ein buch glänzend ist also ich weiß nicht ob das jetzt der neueste trend ist aber ich habe schon ein paar gesehen die glänzen und ich habe in meinem regal glaube ich nur eine reihe die auch glänzt und das ist die von der lieben annika wirz und da habe ich mich damals schon gefragt warum man ein glänzendes buch macht aber ja das soll jetzt nicht mein problem sein ich mag es einfach lieber wenn es matt ist und haptischer ist um hier ist mit alles viel zu glatt aber das soll ja dem inhalt kein abbruch die magie der musik cadence ist eine verzauberte insel der wind flüstert geheimnisvoll tatans können so stark wie rüstungen sein und der kleinste schnitt eines messers löst bisweilen unergründliche angst aus die launischen geister die die insel mit feuer wasser erde und wind regieren treiben ihr schabernack mit den menschen die die insel ihr zuhause nennen der bade jack tamerlane hat seit zehn jahren keinen fuß mehr auf cadence gesetzt doch als mehrere junge mädchen von der insel verschwinden wird er gerufen um bei der suche nach den vermissten zu helfen der hilferuf kommt unerwartet stammt er doch von adara jacks erklärter feindin aus kindertagen sie ist bereit ihren alten zwist zu vergessen denn sie weiß dass die geister ausschließlich auf die musik eines baden reagieren und so hofft sie dass jack sie mit seinem gesang anlocken kann damit sie die verschwundenen mädchen zurückbringen doch mit jedem weiteren lied wird deutlich dass der zwist mit den geistern unheimlicher ist als sie zunächst erwartet hatten und ein älteres dunkles geheimnis über cadence lauert dass sie alle zu vernichten sucht und das zweite buch das sie für mich mitbestellt hat war babel da war ich mir ja echt unsicher so sieht jetzt ob ich das mit bestellen soll oder nicht weil mich der klappentext jetzt nicht so 100 prozent angesprochen hat wegen ein zwei elementen erzähle ich euch aber gleich aber dann haben wie und machen so davon geschwärmt dass sie dieses buch unbedingt lesen müssen wollen sollen dann habe ich ach komm was soll der geiz dann bestellt mir halt einfach mit weil später hätte ich mir vielleicht wieder in den hintern gebissen dass ich nicht in dieser edition im regal stehen habe altbekanntes problem 1836 oxford die stadt der träumenden türme ist das zentrum alles wissens und fortschritts in der welt denn dort befindet sich babel das königliche institut für übersetzung der turm von dem die ganze macht des empires ausgeht für robin swift weisen junge aus dem chinesischen kanton und von einem geheimnisvollen vormund nach england gebracht scheint babel das paradies zu sein bis es zu einem gefängnis wird aber kann ein student gegen ein imperium bestehen eigentlich war der einzige punkt der mich gestört hat dieses chinesische kanton gedöns weil ich angst habe dass es da wieder zu sehr und politik und chinesische banden und bandenkriege und sowas gehen könnte ich bin daher schon ein paar mal auf die schnauze gefallen mit weil ich gedacht habe das ist eine coole romeo und julia geschichte das war zum beispiel bei welch grausame gnade und da ging es die ganze zeit nur um diese banden politik zwischen zwei verfeindeten chinesischen oder wo es auch immer gespielt koreanischen banden und ja das war für mich jetzt nicht so interessant dann habe ich glaube ich das erste buch aus dem eichborn verlag in meinem regal zu verzeichnen wie man einen prinzen tötet von t kingfisher das ist so eine leichte märchenadaption würde ich jetzt mal sagen es geht schon um prinzessinnen und prinzen um im weitestgehenden sinne böse feen oder die böse stiefmutter je nachdem aber ich erzähle euch einfach mal was im klappentext steht und dann könnt ihr euch euer eigenes bild machen von einer prinzessin die die gebrüder krim das fürchten lehren würde die junge mara drittgeborene prinzessin eines kleinen königreichs muss mit ansehen wie ihre beiden schwestern nacheinander mit dem sadistischen thronfolger vorling verheiratet werden nach dem mysteriösen tod der älteren muss die jüngere ihren platz einnehmen um vorling endlich einen erben zu schenken ein los was auch mara zu drohen scheint es sei denn sie nimmt ihr schicksal selbst in die hand und sucht sich ein paar schillernde verbündete in ihrem plan denn mara will den prinzen nicht küssen sondern töten als nächstes möchte ich euch gleich zwei bücher zeigen und das hat auch den einfachen grund dass es band eins und zwei einer neuen reihe ist und die beiden bücher sind am gleichen tag erschienen das wäre nämlich zum einen sag ist gold die gefangene und der dac ist gold die verräterin das ist der erste band das ist der zweite band in der reihe geht es so ein bisschen um den in der realen welt auch bekannten könig midas oder um diese könig midas legende oder dieser mythos steht hier hinten drauf genau aber es ist so 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 viel mehr in der ganzen buchbubble gibt es tatsächlich gespaltene meinung auf welcher seite ich stehe müsst ihr natürlich im lesemonat sehen und es sind insgesamt fünf bücher ich glaube der dritte band kommt im september ich glaube im winter kommt dann auch noch einer und der nächste im frühjahr 24 also es dauert jetzt keine jahre bis band drei vier und fünf rauskommen aber leider kommt auch keiner davon mehr am gleichen tag raus ich sag mal so es gibt einen bösen cliffhanger egal ob man die reihe mag oder nicht will man wissen wie es weitergeht würde ich jetzt mal behaupten gold goldene böden goldene wände goldene möbel goldene kleider im schloss von hohen leuten ist alles aus gold selbst ich bin das lebende symbol der macht von könig midas die macht alles in gold zu verwandeln was er berührt für außenstehende bin ich nur seine goldene hure aber für midas bin ich mehr ich war schon bei ihm bevor er könig wurde ich war bei ihm als wir nur einander hatten er hat mir damals versprochen dass er für meine sicherheit sorgen würde und das hat er getan obwohl ich meine freiheit opfern musste bin ich sicher bis krieg und verrat unser goldenes schloss erreichen bis mein vertrauen in midas erschüttert wird bis ich die monster kennen lerne vor denen er mich schützen sollte ich nehme übrigens alles zurück was ich gesagt habe drei der bücher die ich euch heute zeigen wollte habe ich schon im mai gekauft dementsprechend sind es keine 18 sondern nur 15 bücher und das ist dafür dass ich geburtstag hatte doch immer noch sehr wenig also ich halte mich momentan an meine gesetzten ziele gesetzten grenzen erstmal den sub ein bisschen runter zu fahren bevor ich wieder eskaliere und bücher kaufe aber heute morgen kam hier direkt noch ein buch an als ich die anderen zusammengestellt habe hat es an der tür geklingelt und ja ich habe ein weiteres buch bekommen ich halte jetzt einfach mal das hier in die kamera und man sieht schon so ein bisschen um welches buch ist sich handelt er bricht uns nicht von der lieben laura knall das ist quasi der vierte band der reihe band 12 drehen sich ja um julian und ich weiß nicht mehr genau wie sie heißt und band 3 und 4 ist ja jetzt fünf jahre später erst erschienen handeln von gavin und april und ja dadurch dass es halt band 3 und 4 der reihe sind sag ich aber trotzdem immer dass es band 1 und 2 der gavin und april reihe ist quasi ja den ersten oder den dritten habe ich noch nicht gelesen das werde ich jetzt aber bald nachholen und dann folgt dieses schätzchen hier schön ist auch voll schön dass die da so eine tasche noch dazu gegeben haben also ich habe es als rezensionsexemplar bekommen ich habe es mir jetzt nicht selbst bestellt deshalb muss ich den ersten band jetzt noch schnell hinterher schieben damit ich zeitnah dieses schätzchen hier lesen kann und ja meine rezension abgeben kann das sind übrigens april und gavin das ist aber vom dritten band das habe ich irgendwann bei talia mal gesehen und habe es mitgenommen habe mir das jetzt nur einfach als lesezeichen hier bereit gelegt dass ich es da lesen kann und ich werde euch auch zu diesem dritten band den klappentext vorlesen weil das hier halt einfach die fortsetzung ihrer geschichte ist sie will sich neu verlieben aber sie kann ihn nicht vergessen sich zu verlieben ist aprils größter wunsch sie sehnt sich nach jemandem der ihr herz zum flattern und ihren bauch zum kribbeln bringt der einzige mann der sie all das jemals hat fühlen lassen ist gavin forster während er vor fünf jahren noch ein wichtiger teil ihres lebens war ist heute von ihrer freundschaft nur noch wut und schmerz übrig eigentlich hätte april ihn längst vergessen sollen aber das ist leichter gesagt als getan schließlich ist gavin immer noch der beste freund ihres bruders doch als gavins vergangenheit droht ihn einzuholen kann april nicht anders als ihm zu helfen auch wenn sie weiß dass ihr herz dadurch erneut in gefahr bringt dass sie ihr herz in gefahr bringt ebenfalls heute morgen angekommen ist der zweite band der ich glaube lullaby university reihe oder nur lullaby reihe lullaby reihe zungenbrecher in jedem augenblick ein wir ich habe es euch im neuerscheinungs video bereits erzählt dass ich den ersten band gerade letzten monat also im mai gelesen habe und auch gerade sehr froh bin direkt den zweiten hinterher schieben zu können hier geht es nämlich um lou die kennen wir bereits aus dem ersten band und deren geschichte finde ich persönlich super super spannend und freue mich dass ich da jetzt eintauchen kann perfektionistin lou tut alles um ihre düsteren erinnerungen an eine frühere beziehung in schach zu halten am besten gelingt ihr das wenn sie sich in ihrem studium an der lullaby university und ihren zahlreichen projekten verliert bei einem ihrer nächtlichen arbeitsmarathons trifft sie in der küche auf ihren mitbewohner jesper der nach dem tod seiner ersten großen liebe wie ausgewechselt ist war er früher immer gut drauf fiel ihm das lernen und fiel ihm das lernen leicht ist er nur noch ein schatten seiner selbst spontan treffen sie eine abmachung lu steht jesper bei den kommenden prüfungen bei dafür hilft er ihr aus ihrem alltag auszubrechen und die abenteuer und träume zu verwirklichen nach denen sie insgeheim sich insgeheim sehnt dabei kommen sich lu und jesper immer näher doch beide sind sich unsicher wie viel ihre gebrochenes herz ertragen kann ein buch das ich gar nicht mehr auf dem schirm hatte durfte auch hier einziehen diesen monat bzw ich hatte es schon auf dem schirm aber ich hatte nicht auf dem schirm das ist ein buchsschnitt in der ersten auflage hat so sieht es aus ich spreche nämlich von wedding date und da freue ich mich gar sehr drauf also das steht auf jeden fall auf meiner leseliste für den juli weil es allein vom klappentext her verspricht super super humorvoll zu werden und ich finde das ist gerade für diese warme jahreszeit so ein leichtes buch über das man schmunzeln kann also ich will es nicht degradieren indem ich sage es ist ein leichtes buch also es kommen bestimmt auch schwere themen drin vor aber irgendwie wenn ich den klappentext lese denke ich mir das ist so ein buch das tut meiner seele und meinem herzen gut und da habe ich jetzt aktuell auch richtig bock drauf eymar torres ist hochzeitsplanerin sie ist sogar eine großartige hochzeitsplanerin ihre mutter war schließlich 16 mal verheiratet und als ein glamouröser instagram star sie engagiert ist das amas chance endlich richtig durch zu starten einziges problem den blumenschmuck soll elliot blumen gestalten so will es die braut elliot ist der bad boy rockstar unter den floristen und seine kreationen sind wahre kunstwerke außerdem ist der amas ex dessen heiratsantrag sie vor zwei jahren abgelehnt und dessen herz sie gebrochen hat wie sollen die beiden die hochzeit der saison ausrichten wenn sie sich weder ausstehen noch voneinander lassen können außerdem durfte diesen monat ein weiterer reihenabschluss hier einziehen let's be bold das ist der zweite band der dialogie die annabelle steele und nicole böhm zusammen geschrieben haben der erste hieß let's be wild und wurde von annabelle geschrieben und dieser band hier wurde von nicole geschrieben es ist eine fortlaufende reihe das heißt ich kann euch jetzt auch nicht den klappentext zu band 2 vorlesen sondern werde euch den zum ersten band vorlesen der lautet wie folgt mit ihrem neuen job in der angesagtesten influenza agentur new yorks geht für shay ein traum in erfüllung nicht nur dass sie in die fußstöpfen ihres onkels und mentors tritt sie kann darüber hinaus einen positiven einfluss auf social media nehmen so zumindest ihre hoffnung doch es ist nicht so leicht wie gedacht sich in new york zu behaupten das muss auch shays bester freund tyler feststellen der gemeinsam mit ihr einen neustart wagt shays kollegin ariana und die fotografen evie versuchen in der werkwelt stadt in der werkstatt ebenfalls nach den sternen zu greifen und müssen dabei so manchen rückschlag hinnehmen aber ihre freundschaft gibt den vieren die nötige kraft die eigenen träume niemals aus dem blick zu verlieren ich habe damals band 1 als hörbuch versucht zu hören war dann aber sehr schnell sehr verwirrt weil die kapitel aus den sichten von allen vier protagonisten geschrieben sind und ich irgendwann gar nicht musste wer ist jetzt wer ich habe da keinen unterschied gehört und wenn du daran nicht hochkonzentriert dabei bist dann bist du raus also empfehlung für mich diese reihe am besten wirklich in printform oder ebook form lesen und dann kommen wir last but not least zum letzten neu zugang und wer aktuell in der buchbranche unterwegs ist oder auf bookstagram booktalk booktube und co der wird vermutlich jetzt wissen welches buch ich in die höhe halte es gibt gefühlt nur noch dieses buch und kein anderes mehr und ich sag mal so der hype ist bei mir erst angekommen als alles um mich herum angefangen hat das buch zu hypen wer mein neu erscheinungsvideo für den juni mal anguckt der wird feststellen dass ich da dieses buch gar nicht aufgeführt habe ich hatte dieses buch zu keiner zeit auf dem schirm und dann sind im juni alle leute ausgerastet wenn ihr dacht dass damals creason city 2 dass dieses farbschnitt debakel von dtv schlimm war dann habt ihr dieses buch hier noch nicht gesehen weil dieses drama rund um den buchschnitt der ersten auflage dass die leute trotz vorbestellung keinen farbschnitt bekommen haben und so weiter und das im laden gefühlt keinen farbschnitt mehr gab das war mindestens anderthalb zwei wochen ein riesen ding in der buchwelt und natürlich spreche ich von fourth wing ja also ich bin es gerade am lesen wie man sieht ich habe es auch in der buchschnitt variante und ich kann euch auch gleich mal erzählen was das für ein drama war das ich in der buchschnitt variante bekomme ich war nämlich mit den mädels anlässlich meines geburtstags essen sagte dann noch also damals über das buch gesprochen und was für ein drama da gerade herrscht allein durch die vorbestellung da war es noch nicht auf dem markt und dann sagt die leute ja es liegt aber schon überall aus da dachte ich auch kommt dann bestellst du sie jetzt gerade während du aufs essen wartest meine freundin lu hat das auch getan und dann meinte aber laura zu mir ja jetzt warte doch mal bevor du jetzt geld ausgibst vielleicht ist ja in deinen geschenken was drin sie wollte mir nur sagen dass sie mir ein taliergutschein gekauft hat ja natürlich habe ich dann bis ich daheim war vergessen dass ich das buch bestellen wollte und dann war auf einmal der release day und ich dachte so ich habe es gar nicht bestellt und dann war es ausverkauft ich konnte es nirgendwo bestellen da stand überall lieferbar erst in zwei bis drei wochen und da dachte ich so okay dann ist das nicht mehr die erste auflage dann hat eine liebe freundin gesagt ja meine freundin in österreich hat es gesehen beziehungsweise in so einer kleinen buchhandlung bei ihr gibt es sie bestellt sie geht es mir kaufen soll sie dir das andere mitbestellen weil es gab noch genau zwei dort nein es gab noch drei ausgaben dann hat jassi ist ich gewollt dann hat jackie ist bekommen und das zwei äh das dritte habt dann ich bekommen sie hat mir dann von österreich hergeschickt das war ein bisschen teuer aber wenn ich mir die preise bei ebay kleinanzeigen bedenke die schon zwischen 100 und 150 euro liegen für diesen erst auf langen buchschnitt bin ich doch noch relativ günstig davon gekommen und ich weiß ich sage immer ich erzähle ich erst im lesemonat davon was ich davon halte aber leute der hype ist real ich habe seit keine ahnung wann nicht mehr so ein sogiges buch gelesen kein buch hat mich ich glaube dieses jahr allgemein bisher so in seinen bann gezogen wie dieses jahr und ich bin noch nicht so weit ich will nicht wissen wie das jetzt noch weiter geht es gibt ja ich glaube fünf bände wenn das ganze beendet ist leute der hype ist real und jetzt erzähle ich euch natürlich noch um was es geht auch wenn die drachen ist vielleicht schon verraten weil jetzt traum schriftgelehrte am renommierten best guide war college zu werden also die namen sind echt gewöhnungsbedürftig das sage ich schon mal dazu zerplatzt jäh als sie als tochter der der generalin am auswahlverfahren der drachen reiter teilnehmen muss das erste jahr wird nicht einmal die hälfte aller bewerber überleben denn drachen binden sich nicht an schwache menschen sie fackeln sie nieder die meisten kadetten wollen weil es allein aufgrund ihrer herkunft niederstrecken besonders sagen gehen wir müssen alle noch nicht wie man es ausspricht also ich sage immer kagen der mächtigste und skrupelloseste unter den geschwader führen und ohne frage auch der attraktivste ausgerechnet ihm wird violet unterstellt sie wird jeden vorteil nutzen müssen wenn sie überleben will denn im best guide war college haben alle eine agenda und es gibt nur zwei wege hinaus den abschluss machen oder sterben mit diesem buch beende ich meine neu zugänge ich denke allein dieses buch als neu zugang ist schon ein großes großes highlight ihr dürft mir jetzt gerne mal sagen welche bücher im juni bei euch eingezogen sind wie immer werde ich euch alle in die infobox packen das sind affiliate links von talia und amazon wenn ihr eins der bücher kaufen wollt dann würde ich mich sehr freuen wenn ihr das über den link in der infobox machen würdet wie gesagt ich habe amazon links drin und talia links ich kriege da eine kleine vermittler provision und wer mir länger folgt weiß dass auch ich finanziere damit mein schreiben sei es jetzt book merch sei es lektorat korrektorat etc sei es jetzt cover design und so weiter ich verabschiede mich jetzt von euch wünsche euch einen wundervollen tag und hoffe wir sehen uns auch beim nächsten mal wieder tschüss tschüss